Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach. Wir sind hier wieder bei einer Schachpartie, die ich gelöscht habe aus Versehen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach. Wir spielen gegen Flaschenhals. Ich dachte, das wäre wieder so ein englischer Name. Ist es aber nicht. Und wir spielen einen Nimzu-Indisch. R2184 Man spielt, ich weiß gar nicht, ob das klassische Variante ist. Ja, hier gibt es jetzt sehr viele Züge. Es gibt Tome 8, A3, Läufer, F8 glaube ich. Ich spiele es auch mit D5. Ich bin der Freund davon, wenn man so ein bisschen dagegen hetzt, was so im Zentrum passiert. Und ja. Können gleich in so einem normalen Damen-Gambit sein. Aber er möchte auf jeden Fall E4 spielen. Okay, dann möchte er auf jeden Fall E5 gegensetzen. Wenn er jetzt E4 spielt, E5. Ja, deswegen spielt er jetzt auch Springer E5. Ist wahrscheinlich eine richtige Entscheidung von ihm. Aber ich könnte jetzt auch rausnehmen. Springer D7, F4, schlicht C4, Läufer C4. So, rausnehmen. Springer D7, Läufer H7 hat er. Ah, okay. Dann werde, wenn ich H6 spiele, ist auch nicht so gut. D7 spielt er F4. E3 wird schwach werden. Dann spiele ich C5. Ein bisschen im Zentrum gegensetzen. Das ist auch nicht zu langsam. Komm, ich so lange nicht brauchen wir in der Stunde und keine Angst haben. Jetzt hängt E5. Jetzt kann ich C3 nehmen und E5 nehmen. Und nimmt erst D7, okay. Und nehme ich den Läufer raus. Boah, mit einem Bauern sogar. Jetzt habe ich sogar Springer E4. Springer E4 ist ein aktiver Zug. Okay, er spielt F3. Hätte ich nicht gedacht, dass er F3 spielt. F3 sieht in der Stellung ein bisschen komischer aus. C5 kann er ruhig nehmen. Spiel ich Turm C8 und kriegt den Bauern locker wieder. Turm C8 spiele ich sowieso, weil er Sinn macht. Denn ich stelle den Turm auf die Linie von seiner Dame. Und das ist immer unangenehm. Sowas wie... Genau, und C, D4, E, D4... Okay, noch ist es nicht schlimm, aber... Könnte... Auf jeden Fall mal... Mit Drängnisgeraden. Okay, B6 weiß ich nicht, weil... A4, A5... Aber ich spiele mal B6. Weil ich... Meine Dame... Ich weiß, kann mich noch nicht entscheiden, wo ich sie hinstelle. Nach C7... Hm... Vielleicht nicht der optimalste Platz. Und so stoppe ich auch erstmal sein Spiel am Damenflügel. A4, A5... Kann er spielen, aber... Ich denke mal eher, dass er im Zentrum weitermacht mit Turm E1 oder... Oder sowas. Wichtig ist, dass ich ihnen nicht die Stellung öffnen lasse, weil er als Läuferpart... Ja, okay, er spielt auch Turm E1... Wird ich jetzt Läufer C6 spielen, oder? Ja... Ein bisschen gegen E4 drücken. Weil wenn er E4 spielt, dann wird mein Läufer auch ein bisschen... Stärker... Dame B1 verstehe ich nicht so ganz. Okay, wenn ich Dame D6 spiele, renne ich immer, wenn er E4 spielt, in so E5-Geschichten. Deswegen würde ich vielleicht doch Dame C7 bevorzugen. Aber dann... Hätte ich sie auch direkt dahin ziehen können. Anstatt B6 zu spielen. Aber Dame C7 ist der bessere Zug auf jeden Fall. Ich möchte noch nicht zu früh H6 spielen. Weil ich weiß nicht, ob H6... Mich noch schwächt. Okay, nehme ich den raus einmal. Ich kann den einmal rausnehmen. Nimm D4 raus. Ja... Ja komm, rausnehmen es. Nimm mal alles hier raus. Jetzt ist zwar die Stellung total offen, aber... Okay, ich habe Springer G4. Ich hätte auch Dame B7, aber nicht mit der D5. Und dann E7, E5. E7 Läufer B4. Ja, ich spreche trotzdem mal. Oh, Läufer G5. Ja, Dame E6 muss ich wahrscheinlich so... Oh. Ach, Jau. Ach, Jau. Ah... Kriegt der H7. Egal, ich gehe nach D5. Auf H7 könne ich H8. Das muss ich ein bisschen schneller ziehen. Oh. Ach, das ist Gedeckt. Nicht eine H4. Ähm... Eine Figuren sind jetzt auf jeden Fall aktiv. Das ist schon mal was Gutes. Oh, Tune E4. Da muss ich aufpassen. Mit meiner Dame auf jeden Fall. Die Dame G3 droht das auf jeden Fall. Deswegen gehe ich da weg. Wenn ich jetzt mal 4 spielt, Dame E2 zum G4... Verhindere ich das Matt. Hier kann ich noch G6 spielen. Auch wenn G6 total hässlich aussieht. Ich glaube erst... Tune E4 war besser. Ach, jetzt hat er trotzdem Tune E6. Scheiße. Boah, ich weiß nicht, was ich ziehen soll. Ich sperre nochmal zum G8, das heißt ich... Oh, ich weiß nicht, was ich ziehen soll. Ah, jetzt sind wir ein Springer. Oh. Ah, jetzt sind wir ein Springer. Ich bin auch noch langsam. Ah, warum kann ich nicht ziehen? Achso, Schach. Boah. Kacke. Das war eigentlich eine gute Partie. Hm. Hm. Ja, ich glaube, das spielt man gar nicht mit C6. Ja, genau. Direkt C5. Ja, ja. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich habe irgendwie in letzter Zeit zu viele geschlossene Partien gespielt, dass ich viele Eröffnungen durcheinander werfen. Aber es ist ja nicht schlecht, was ich hier gemacht habe. So. Jetzt haben wir diese Stellung zum B1. C4 möchte ich nicht spielen. C4 ist ein Computerzug. Ja, Dame D6. Aber ich wollte nicht, wenn ich Dame D6 spiele, dass ich manchmal in E4-Geschichten renne. Ja, geht im Moment noch nicht, weil D4 am Ende hängt, aber... Ähm, allgemein das sind E5-Sachen. Na, Dame E7 ist schlecht. Ja, ich renne voll in den Angriff rein. Boah, es ging richtig schnell. Ja, Turm A4 fand ich auch besser erst. Aber jetzt muss ich weggehen. Und dann Turm G4. Weil ich bin nicht noch im Spiel, wenn ich diesen blöden Springer einstelle. Naja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.